Ich brauche erst einmal all die Dings drin rein. Das ist ein. Zwei mehr zu gehen. Ich hoffe, er hat es nicht als Textbuch benutzt. The first step. Okay, check. Yeah, let's get the thing in rein. Genau. In rein. Du hast 100 Gegenstände in einem Durchgang untersucht. Zwei Stunden Push-E-Stream, Level 26. Läuft, würde ich sagen. Sehr gerne. Ich schicke euch gerne die mentale Kraft. Philosophie, Spiritu, 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 Warte. Philosophie, Spiritualist, 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 Übernatürlich unterdrücken. Hihi. Warte, stand da hinten noch was drauf? Ne. Er ist auf Zeit, ne. Ich bin... Hexenhammer, Bannhammer für Frauen. Das sieht nach Hexenzirkel aus. Ja, ne? Wollen wir noch eine Runde Phasmo spielen? Heute nicht mehr. Ähm, aber Freitag spiele ich wieder Phasmo. Bekommst du einen Druin-Tank? Jetzt maul mal, ne? Ich hab doch gar nicht gemauelt. Lickst du auf die Couch und ans Tablet. Bis gleich. Bis gleich, Robert. Dankeschön nochmal für alles. 200 Weller gefärmt in der Zeit. Gerne. Ich farbe doch Punkte. Echt. Ich bin hier in der Buchse scheißen. Aber ich bin so schön angetült. Hahaha. Es wird stärker. Ich spüre, wie es sich befreit. Und mein Geist eindringt. Es will raus. Es kann nicht raus. Ich werde es nicht zulassen. Selbst wenn das bedeutet... Nein, ich werde einen anderen Weg finden. Nope. Doesn't work. Prost, Prost. Ihr seid schon wieder am Saufen da, wa? Okay. That's all of them. Ich will nicht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hätte. Sie müsste vielleicht, äh... Ihre Lampe ausmachen. Nur so. Äh, nee. Was, Annie? Warte, Fixiermittel. Ich hätte es gemacht. Ist egal, warum ich das reinkippe. Sorry, one, two, da, da, da. Das Fixiermittel. Das kommt zum Schluss. Drei. Eins, zwei, drei. Okay. Fünf Sekunden. Moment, wir zählen. Warte, ich will... Ach, das ist die richtige Reihenfolge der Flüssigkeit. Ja, vielleicht habe ich es ein bisschen verkackt. Da muss ich jetzt leider auf die Couch gehen. Claudi, schön, dass du da warst. Geh auf die Couch, du hast es dir heute redlich verdient. Du hast ja nun, äh, ne? Schon gestreamt und hast YouTube-Videos geschnitten. Also, ab auf die Couch mit dir. Und noch einen schönen Abend. Wird ihr auch, Herzchen. Hab noch einen wunderschönen Abend. Und bis morgen früh. Claudi, strip nämlich morgen früh wieder. 21, 22, 23, 24, 25. So, und jetzt das Nehmen. 20, 20, 23. Dankeschön. Hallo, Chris. Hallo, Chris. Was war das denn für ein Clip? Warte, ich muss zählen. 21, 23, 23. Sag mal. 21, 22, 23. Das ist ne Videosequenz. Ne, wieso, da ist ne... Oh. Das sind wir. Was? Was ist das? Was ist das denn? Was ist der Schlund? Aus W.O.B. Annih, Annih. Annih! W.O.B. W-W.O.B. W-W.O.B. Oh, Gott! W-W.O.B. 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 da war ich jetzt gerade nicht vorbereitet ich dachte eigentlich muss man links und rechts ausweichen ja ja nackt Ich kann es nicht. Lass mich mit euch probieren. Oh Gott, nein! Geh mal. Du bist mit Jessica. Du bist mit mir. Hallo Türkuin, wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? Meine Nase. Meine Nase ist dicht gerade. Nerv. Herrschaftszeiten. Komm, meine Flasche geht kaputt. Okay, was hat das mit mir? Ich weiß es nicht. Ich will es. Maybe will ich es gar nicht wissen. Ichke will einen Körper. Ja, der Spielcharakter sieht auch ganz gut aus. Also muss man ja mal sagen, ist schon egal. Jetzt noch mal Konzentration, bitte. Thomas, lass mich. Geh weg. Nackt. Er will mich nackt. Ich hätte links gemusst. Ich doof muss. Ah! Will er Puschel anziehen wie ein Kleidungsstück? Okay. Ah! 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 Nochmal. Also links lang zum Schluss. Wenn vorne zu, müssen wir links, glaube ich, ne? Oder? Oh Gott. Oh Gott. Vor allem, ihr habt Zeit auf den Text da unten zu achten. Das habe ich gar nicht. Alleine und nackt. Da sind wir schon mal. Nee. Können wir nicht irgendwie noch einen Kaffee trinken oder so? Boah. Ich bin hängen geblieben. Entschuldigung. So, jetzt nochmal rechts und dann links. Schneller, 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 schneller. Oh Gott. Oh Puschler. Ja! Ich will hier bleiben. Warum müssen wir denn hier sein? Warum? 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 Das ist bestimmt Thomas. Das ist schlecht. 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 Wir müssen wieder zurück. Wir müssen ins Licht. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen ins Licht. Wir waren im Licht. Ich gehe wieder ins Licht. Ich bleibe hier. Licht ist schön. Hallo. Lass es aufladen. Ja, ja. Nee, wo willst du denn hin? Oh, Janne, komm mit jetzt hier. Was ist das denn? Ich höre ihn. Hente ihn mir. Nicht honest. Nicht honest. Keiner furzt jetzt hier. Es wird böse. Jetzt hat er gefurzt. Ich höre ihn. ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Madon und Gäffern haben gepuchst. Tut, tut frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht es gut und ich hoffe, du hast gerade... Guckt ihr noch? Ich bin Hautbeutel. Auch nett. Hinten ist eine Quelle. Da, guckt. Danke. Wir müssen laufen. Wir müssen laufen. Schneller, läuft schneller, läuft schneller. Okay, haben wir es. Voilà, Krise, ey. Schneller, 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 schneller. Schneller, schneller, schneller. Ey, lad dich voll auf, Mädchen. Voll auf. Aua, aua. Nee, zurück, geh zurück, geh zurück. Sieht ja nach Ballerina aus. Die Motten... Ach so, genau. Ja, stimmt, Geisterlicht. Entschuldigung, ich hab vielleicht die falsche Taste gedrückt. Muss ich das jetzt nochmal machen? Okay, also, Geisterlicht war mit mittlerer Maustaste, ne? Stress dampfen. Muss sein. What the fuck was that? Der wird wieder kommen. Ich entmute dich, hoffe doch. Kann ich jetzt nochmal zurückgehen und aufladen? Frag von Freund. Oh, das ist scheiße. Habt ihr ja gebrutzelt, ne? Ich würd ganz gerne. Nein, können wir nicht. Musik hat aufgehört. Der kommt doch gleich hochgesprungen oder so. Ich hab's im... Ich spür's in meinen Jelly beans. Ich spür's in meinen Jelly beans. Musik hat aufgehört. Die Leben sehen nur ein Fraction unserer Realität. Glückwunsch mit ihnen. Ich habe mein ganzes Leben nach den Ecken unserer Realität gesehen. Even as a child I saw things that would break a grown man Eventually I grew into it It became my normal But That thing It was anything but normal I've never encountered anything like this This Ravenous I felt lost I came to Neva looking for answers Lost Sie ist auch lost, ja Ich fühle eine Verbindung Was war das Monster? Wer war Thomas? Und was hat er von mir? Eine Haut Marianne! Wache bitte! Marianne! Marianne! I woke up with icy water in my veins I wanted nothing but to get out of there To just get up and run until my legs give out Until my lungs collapse But I knew I couldn't It wouldn't have solved anything And besides Sadness Needed my help Huh? Die hat sich nichts geändert Sad god is creepy What was that thing? Hello? A-Room, Tagesstätte, 7, also da hinten. Äh, 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 äh. Müsst ja dann also hier irgendwo sein, oder? Bin ich jetzt doof. Da ist Bart. Jetzt nicht weiter, nehme ich an. Nö, hätte ja sein können. Oh, halt. Ah, nee, das hatten wir schon, das war ja Quality Time. Ähm. Also mal, hier ist die Rezeption. Entschuldigung, Nachrichten, Informationen und praktische Ratschläge für die moderne Frau. Sven, der Vorväter. Ein literarischer Bestseller von Joanna Mielewska. Dieser Fragen, Experten, Antworten, 10 Nähtechniken für modische Röcke. Hier, Nähstream. Da haben wir, da haben wir es. Ja? Da leuchtet auch noch was. Reisen mit Stil, Reisen mit Komfort. Gott, wie süß. Ganz alte Werbeplakate, ey. So, wo muss ich hin? Ist immer gut. Hallo, Schatz. Wunder, schönen guten Abend und frohes neues Jahr wünsche ich dir noch. Wie geht's dir? Nächste, wie im Kochsteam. Du testest unsere Treue. Echt, oder? Und Fitnesstream. Sagen, Dala. Meinst du? Bin mir nicht sicher. Was ist denn hier so? Ach, Dankeschön. Geht's ein bisschen, aber wieso was los? Ich scheiße mir gerade in die Hose. Da geht's lang. Gucken, ob wir hier hochkommen. Was ist denn hier so laut, Herrschaftszeiten? Verlicht noch was? Ich sehe ihn ständig in meinen Träumen. Den anderen Ort. Staub und Tod, soweit das Auge reicht. Das Gefühl der Leere, das meine Seele zerreißt. Ich wache auf und bekomme keine Luft. Der Staub brennt in der Lunge. Brennt mir in der Lunge. Ich flehe, dass es aufhört. Er sagt, dass man nichts machen kann. Aber das muss er wohl sagen. Nicht wahr? Lieber Träume. Super. Die Kopfentzündung. Ih, was denn du sowas hat? Angst, Puschel. Ein wenig. Das Game ist echt geil. Also kann man nicht anders sagen. Mega. Ich habe nichts. Die Tagesstätte. Der sicherste Ort für die Kleinsten. Viva. Labern aber tut weh. Ja, dann nicht labern. Wir brauchen eine andere Möglichkeit. Was ist denn? Was ist denn hier so laut? Jetzt auch nichts weiter. Guten Morgen Teil 3. Hallo Sacki. Na Herzchen. Wie geht's dir? Hast du noch mal ein bisschen geschlafen? Welt, die wir ab und zu... Das könnte ich... Oh, gehen wir da mal lang. Das war... Also das war betitelt als Fiebertraum. Ich weiß es nicht. Vielleicht... Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe... Dann können wir jetzt gar nichts mehr wechseln. Oder? Oder? Ja, bin noch in der Morgenwuffelfase. Dann guten Morgen, Sacki. Hier wird was gut geschlafen. Und frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ach, Schätzelein. Ich hoffe, sie sind gut reingerutscht. Sagt man so, oder? Bitte sagt mir, dass man das so sagt. Die Frage ist, warum und durch wen? Wir haben jetzt... Komm es. Ist dann nix. Ich geh, für mich einfach bedanken. Sakrowilds, Amazon giftet et hier ein Sub zu Sakrowilds. They have given 271 Subs in the channel. Das hat ein Herz, so. Wernchen, vielen, vielen Dank, dass du Sacki uns abgeschenkt hast. Dein 271 ist da hier auf dem... Ach, schade, das... Ach, das Spiel hängt sich auf. Das ist ja jetzt doof. Wenn das jetzt gleich abstürzt. Das wäre jetzt echt schade. Ach, du Heilige. Will ich da runter schon? Ich glaube, da hinten geht es weiter, ne? Gehen wir mal runter. Gehen wir mal runter. Ist das alles voller Blut hier? Lithia. Immer dieses Schwimmbadromantik. Oh Gott, ich würde echt mal wieder gerne ins Schwimmbad gehen, ey. Ohne Schmarrn. Die Nurse. Sie hat es gemacht. Sie hat sie alle töten. Es war wie, dass etwas sie sie verletzt hat. Ist das wirklich, was du uns auf den Rekord stellen möchtest? Es ist, was ich sah. Die Nurse. Aber... Wie? Warum? 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 Untertitelung des ZDF, 2020